was geht leute bomb man of bomb hier heute spielen in need for city wir wollen heute einen neuen wagen tun ja heute um dem video geht es darum dass mein kanal zwei jahre alt geworden ist vor einem monat ist mein kanal zwei jahre alt geworden heute will ich über meinen kanal sprechen was ich den kanal noch machen werde was für videos hier kommen und ja die die schon mal neu sind ihr könnt ein abo da lassen wenn euch dieser kanal gefällt das gleicher teilt es vielleicht mit euren freunden und die körper der mien auf checken und mein schandacht auch vielleicht bei den kanal so jetzt ist das wieder geklärt alter dieser druck ja ja ich lade hier jeden zweiten tag jetzt video sucht der das vielleicht nicht bekommen hat ähm momentan also vor also in dieser woche habe ich jetzt nicht jeden jeden zweiten tag an die losladen weil ich nicht wusste was johann so erstmal aber jetzt kommen wir dass jeden zweiten tag videos wenn schule anfängt dann mache ich in der woche drei videos und ja was für einen wagen nehmen wir denn gucke mal welchen habe ich denn nämlich ähm ja als nächstes kommt auch noch eine challenge lasst es euch überraschen wenn ich wenn wir die 50 abonnenten knacken könnt ihr entscheiden was für ein video ich mache und ich brauche eine bombe bei mdr und bei 100 abonnenten macht mir im twitch kanal aber ihr müsst jetzt nicht abonnieren also wenn ihr wollt dieser kanal hier gefällt ja der kanal ist einfach schon zwei jahre ich kann es einfach nicht glauben ja ich hätte irgendwie schon voll bock auf dem film im team ähm dort habe ich schon komm mal da sieht man schon wie geil das aussieht ich finde vorne wie das viel geiler aussieht guck mal das und das hier hinten auch und das sind irgendwie mehr als sportlich aus als der audi RS5 oder welcher war das wo alte wie geil aussieht schon wenn der seering ist warte woher alter dieser auf hat sich ein bisschen an wie bmw aber bisschen mehr dieses ja dieses weiße der hat sich voll geil an ich glaube das ist ein v8 motor keine Ahnung aber bei der 50 ähm ja wir tunen den wagen mal und ja muss ich sagen der kanal ist ja zwei jahre alt ähm und ja ich hatte halt eine kleine Pause ich hatte auch nicht so viel Zeit mit Schule und so und ja aber jetzt ich gehöre richtig gut zu sein so was machen wir denn Karosserie ne ich hab den Buggy Controller den Wunder solchen wenn ich immer so weg mache das mache ich nicht was ist das denn alter sagt mir nicht dass es da ausbrücken was soll das sein irgendwie sieht das cool aus wenn da flammen rauskommen würden aber aber von vorne sind es irgendwie scheiße das ist deswegen machen wir das hier so eine spoiler lippe braucht da unten auf jeden fall habe ich mache es meine steine Hä Warte mal Digga einfach rainbow Sollen wir ein rainbow fahrzeug machen oder ich wollte schwarze machen ah komm wir machen rainbow fahrzeug ich habe irgendwie richtig Bock auf rainbow heute heute ist rainbow Tag so so wird auch das letzte video abchecken ähh ich nehme das hier oh scheiße Entschuldigung so ich nehme das hier hallo und aktiviert auch die Glocke habe ich das schon gesagt ja was ist das denn guck mal das passt irgendwie da aber das sieht einfach unnötig scheiße aus irgendwie das sieht einfach unnötig scheiße aus irgendwie deswegen nehme ich das nie nehmen das hier so hat es ja jetzt auch nicht perfekt aus aber wenn wir vielleicht gut für die Verbreitung machen sind wir schon geil aus glaube ich so die sieht gut aus die geht kann man auch machen aber wenn wir jetzt nicht so perfekt oder das ist so das ist hart hier so Schuljahre die Leute die wird er joh ob es eingebaut ändern wir das noch herrung hatte so viele teile da machen oder hat sich das scheiße so was machen sowas haben wir lange nicht mehr gemacht irgendwie hat das was aber von hinten sieht das scheiß aus das hier obwohl war irgendwie passt das hier vorne das hier passt voll gut ne wir nehmen den hier wer sieht das so aus ähm hallo so jetzt ja dann nehmen wir den was was hat der denn da für ein Tank wie nennt man das Tankdeckel äh ist das denn nice ok nö ich hab's mir besser vorgestellt also jetzt ja das kann man ja noch nicht mal man kann ja nur nicht mal den Tankdeckel aufklappen wie dumm ist das denn was hat das denn gerade ey ja danke so hier nehmen wir das hier so falls ihr euch fragt warum ich Need for Speed machte weil ich irgendwie drauf fragte und ich hoffe dass nächstes jahr ein bestes Need for Speed kommt also was Inhalt angeht weil das Need for Speed kommt nicht dieses jahr sondern es wird verschoben der sieht richtig geil aus wenn ich ehrlich bin der sieht auch nicht schlecht aus aber ich finde den irgendwie viel geiler der hier nicht ähm das hier ist zu klein und der hier auch nicht in der hier gesehen ich nehme den hier der sieht richtig cool aus Soundsystem brauchen wir nicht nötig Diffusor dann geht mit der Hexstift an mit mir Hallo Hä? Hätte ja noch nicht sein Diffusor eingebaut also nur das originale geht ne durch nur das hier wird jetzt Diffusor Diffusor ist das hier Diffusor Da schickt das nicht Diffusor Alter wie klein sind die Ausbücher da passen ja meine zwei Finale rein Diffusor Warte ich fand da irgendwie den anderen durch die eine besser Ja, hallo. Ey. So, den fand ich bisschen besser. Es war immer noch geauspuckt, ja. Warte, wir gucken mal, ob wir trotzdem das finden. Was ist das da? Die sieht geil aus. Die Carbon auszudrücken. Hallo. Die müssen klein auszudrücken. Die müssen Hauptsache nicht nur zu klein auszudrücken. Ähm. Die müssen wir, was wir machen. Welche Rechte muss man das machen? Äh. Die sind graue Drohnen. Die sind belastet nach Wasser. Die können erst so ein Sprengplatz werden. Ich will nicht. Ich bin ein Sprengplatz. Ich bin ein Sprengplatz. Ich bin ein Sprengplatz. Äh. So, Felgen. So, Felgen. Gorgeous. Jetzt sieht's eigentlich ziemlich schlecht aus. Boah, Alter, ist auch irgendwie heftig, ne? Irgendwie passen die zu dem Wagen, hab ich das Gefühl. Aber irgendwie auch nicht von vorne, ne? Das müssen wir auch mal gucken, die passen irgendwie zum Keimwagen. Wenn man volle Größe hat, dann mache ich die in blau. Oder was in welchem blau ist die Frage? Von dem blau. Ho, hu. Nein. Jein. Uh, das sieht gut aus. Schmiede-Carbon. Ich dachte immer, das heißt Forsh-Carbon. Oder ne, Forsh-Carbon ist ja woanders. Ich sehe, dass das letzte Mal formand. Ähm, Kumho. So, Toyota jetzt. Und das war's erst mal. Weißt du was, wenn die nehmen? Die SSR, auch wenn ich SSR-Felgen nicht so mag eigentlich. Dann nehmen wir die einfach. Wir finden jetzt jetzt richtig geile Brems-Statiefänge gerade auch. Und hier machen wir auch Schmiede-Carbon. 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 Ne, die lasse ich mal. Wir machen uns richtig chaotischen Infinity, ja. Wir müssen Rainbow, Mainbow irgendwas machen gehen. So, auch wenn ich mir ein bisschen cleaner vorgestellt habe, dass ich hier mache. Digga, wir haben nicht richtig echt kacke. Gibt's hier irgendwo Rainbow? Was ist das? Gut, das sieht auch nicht schön aus. Aber es ist nicht das, was ich haben wollte. Äh, äh. Das hier muss ich mal vortrücken, was ist das? Alter! Oh mein Gott! Hä, das klingt irgendwie aus wie so ein Boss-Web von N.I.P.R.S.P. Aber ich kenne doch keinen. Das ist richtig geil auch so ein bisschen. Nee, aber es wäre irgendwie... Regenbogen, das ist auch nicht schlecht. Äh, eigentlich sind die alle immer so... nicht so gut jetzt. Zumindest vor allem bei der Crew, Alter. Bei der Crew weiß ich nicht, was sie da machen. Das ist irgendwie clean, aber geil. Oh, das ist auch nicht schlecht. Dann gehe ich noch für Zeitwache. Boah, Junge! Nein, das machen wir. Das... ja, wir können nicht mehr... Wir reden nicht mehr weiter, wir machen das. So, aber ich will da noch etwas raufballern. Und zwar... Ich hoffe, das macht den Wagen nicht... Hallo? Digga, mein Controller rastet wirklich aus. Alter, fertig! Jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, zwei Jahre Bombe, Manu, ich würde sagen, das passt uns, ja. So, jetzt machen wir noch Effekte. Blau. Obwohl, nicht mal mal Grün. Wir haben wenig Geld, ne? Äh, hier machen wir Blau. So, hier machen wir Rosa. Weiter. Hier machen wir lila und weiße Prozessionen. Luftfederung muss sein. Wir gucken hier einfach. Die Idee. Tieferlegen. Hauptsache, ich möchte ihn tieferlegen. Er verändert nur den Sturz. Guck mal genau. Und jetzt dreht er noch den Rad. Hallo. Hör auf damit. Ja. Sound. Ja. 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 Sound. Ja. Das ist perfekt. So, hier müssen wir jetzt noch Teile tauschen. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Jetzt machen wir die Teile drauf. Und Leute, ihr könnt auch schreiben, was ihr verbessern, was ich verbessern kann. Ähm, falls ihr etwas für, falls ihr denkt, dass ich etwas besser machen kann. Was euch vielleicht besser gefallen würde. Und, ja. Ich hoffe, wir bleiben eine coole Community. Und ich kann hier keine Scheiße werden. So. So. Was? Hä? So wenig? Das muss sich auf jeden Fall gleich ändern, die Leistung. Warte, warte. Warte. Geschwindigkeit ist 5,5, aber 372 km. Ah, ja. Okay. Und jetzt geht's ab zur Strecke. So. So. Die heißt, der Wagen, bitte schön aus. Wir müssen das kurz genießen. Und, ja. Wir können ... Was ist denn mal so? Keine Ahnung. Wie geil, das aussieht hier. So, wir fangen jetzt an. und dieser Sound, ne, so beginnt der ähm, was möchte ich noch mal sagen so, jetzt geht das los, Alter, ich finde das einfach so heftig meine Stimme hat sich auch ganz verändert, ne, wir müssen mal die ersten Videos gucken und der ist einfach jetzt warte mal, ich mach bloß das Spiel besser so, jetzt kanns weitergehen guck mal, wir machen jetzt einen richtigen Crash, ja BOOM hab doch, ich hab da jetzt gedacht, irgendwoohl hier hat der Hand, komm schon mal zu verlassen das stimmt, wir haben ja versucht, dass wir unsere Brickhand benutzen kann, ne aber es dann doch nicht so gut geschafft weil das halt nicht so gut wäre aber bei denen ist es irgendwie gut, oder? guck mal, wie er rumkommt und als den sieht schon geil aus, der Wagen also die, an den aaaaaaah oh mein Gott, hab ich rechtzeitig noch gefangen an den, der die Folie gemacht hat, ist echt perfekt auch mit diesem Pro Street, ne passt da eigentlich zufrieden mit dem Wagen? obwohl, weiß ich nicht also den Wagen gibt's nicht so viele Pro Street da gab's nicht so viele Wagen noch nicht so viel steht fest aber, ne er hat einfach zufrieden ok alter ich glaub ich verlierte sogar das Fenster wie weit vorne der erste weil ich schon mit ihm die Kurven berüfte sondern ich muss mal mehr die Handstremse benutzen ich bin an die Krüche stehen weil ich versucht hab den Emirates strong zu bekommen aber ja, warum du so schwitzen, ne ich warte, schlatsch weghausen nein, hunders aber so knapp nein ich hab grad woanders hingeguckt weil wir waren zwei anders Aua, das hat sie eh getan ja, wir fahren das nächste Rennen jetzt einfach so gibt es hier ein cooles Rennen da ja, aber wir machen mal was anderes weil diese mal geht das dann ja da kann Polizei da kann man starten Aua, das ist ja so knapp, habe ich die Polizei da hinten gesehen ich hätte mich locker verfolgt zwei Jahre Bomben, Manuel ja so wird auch glaub ich das Video heißen und Leute, bald wird noch ein Pack-Opening kommen ich hab jetzt mittlerweile schon eine Million Münzen weil wir pflanzen nicht sonst und da werden wir zwei Millionen vielleicht auch von ihnen machen und Rat wird auch auf zwei Millionen ungefähr sparen er hat mittlerweile 700.000 boah, ist das für eine Musik halt bum 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 ja, auf jeden Fall kommt hier noch coole Videos das kann der coole Kanal erwarten ey, wenn ihr in diesem Jahrhundert Abonnenten klappen, ne wie werdet ihr so fassen und werdet ihr die beste für die Minute seid ihr so fassen und ja ich hoffe, wir waren schon am Raffigern eigener Zahnarge und dann kannst du auch wieder rum ah Alter, diese Autos, die kommen gerade so scheiße, ne äh, hallo ich bin kein Gepäckträger, ne ich weiß zwar, dass du denselben Wagen hast aber ich bin immer noch kein Gepäck jetzt opöpöpöpöpöpöpöpö haha ja, ok na ja, ok warten wir ich bin kein Gepäckträger, sonst sollte ich aber mal sagen nya da da wollte aus dem Boden wollte ich ab dann egal so ich hab in letzter Zeit irgendwie nicht was die Begriffe 2012 einfach so ja weil ich das vor langem nicht mehr gekuckt habe und jetzt bin ich in diesem Frieden im Alter diesen Burners geht in den wir alle einfach ran aber das geht überhaupt nicht ein Infinity Q60 S oder so oder so oder so 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 ich fahren mal zu diesem Rennen da danke danke ja ich weiß ich weiß ich weiß so dann guck mal dann geh nicht so ganz jetzt guck mal wenn ich ein bisschen weniger Gas gebe dann ist das ja echt gut vielleicht nicht so hübsch oder wenn ich so mache ja egal ähm du machst halt nur mehr wie es drin also echt gut ich hab so 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 weil so 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 Alter, wenn ich 100 Abonnenten hätte und dann einen Twitch-Kanal habe, dann kann ich einfach ein Live-Stremen. Kann ich zwar auch auf YouTube oder auf Twitch, finde ich nicht viel cooler. Aber es ist heute um meinen Kanal geht. Zwei Jahre Bob-Manu. Ja, dieser Kanal ist ja schon zwei Jahre alt. Ich habe mich so gespannen. Ja, ich weiß. Ich finde es so cool, ne? Ja. Es werden auch bald wieder ein VR-Volker. Wenn ich mit Daniel jetzt verspiele. Also eigentlich könnte ich heute schon einen Volker aufnehmen. Also da, wo ich das hochlade, ist es gestern. Wenn ihr das Video heute seht. Und er war zwar vorher online, aber ich habe halt leider keine Einladung bekommen. Deswegen, Damien. Ja, was? Warte, das geht jetzt in der Aufnahme. Wie viel Leben hatte ich gerade? Ja, das ist einfach schon starker Schaden. Und ja, ich habe halt leider nur keine Einladung bekommen. Ich habe halt leider nur keine Einladung bekommen. Ich freue mich auch nicht ganz. Ich könnte auch seine Welt aufnehmen, Team, ne? Für seinen Kanal. Aber ja. Ja, also wenn Daniel das gerade sieht. Deswegen habe ich nicht mehr hier. Wenn ich nicht mehr in der Aufnahme gekommen bin. Sonst wäre ich angekommen. Bin ich ehrlich. Was soll ich denn sonst noch im YouTube gucken? Alleine? Ich frage mich eigentlich, was ich nochmal bei meinem ersten Video gesagt habe von einem Jahr Bombsmami. Was habe ich da nochmal gesagt? Also, glaube ich. Das war noch vor Corona, oder? Ich glaube, da kam ich ja eigentlich. Ich glaube, da kann ich ja auch so sein. Ich glaube, da kann ich ja auch so sein. Ich glaube, da kann ich ja auch so sein. Ja, Alter, ich habe einen Knockout gemacht. Ich habe so wenig Schaden wiederbekommen hier. Irgendwie ist der Wagen halt voll guten Drift, ne? Bin ich ehrlich. Der Drift ist gar nicht so richtig. Ich könnte jetzt zwar Driften, aber irgendwie dauert das länger. 11, 6 und 50. Habe ich gerade nicht mehr viel bekommen. Ich weiß nicht, was das jetzt. So, aber das ist jetzt erstmal egal, wegen ich muss jetzt erstmal entkommen. Und mit dem Wagen, das wird nicht so schwer, ehrlich gesagt. Weil der Wagen eigentlich voll gut ist, finde ich. Aber es wird schnell mit so wenig. Mit so einem Schaden zu entkommen. Und hier müssen wir nur zweimal reinfahren. Mit dem Kaffee. Und da kommt eine Werkschaden. Mit der Sterbung kommt jetzt auch noch. Ich helfe sie mir. Ich bin in Gefahr. Tschüss. Die sind die dann so schnell. Nein. Gibt's da einen Ort, wo ich easy and come kann? Oder will ich nicht mehr so entkommen. Wer soll entkommen. Wenn ich das überhaupt schaff. Auf jeden Fall. Ja, ich entkommen. Ja, ich entkommen. Ich habe unsere vier Personen im Blick. Was sehen die jetzt hier? Ich weiß nicht, wie ich entkommen war. Oder das ist das Spiel. Ich habe das Spiel. hier schäfer denn gibt doch den folgern ja und dann kommt jetzt kommt Kurzbahn. Alter, wir haben es geschafft. Hier ist noch eine. Frühdose. Alter, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Gänse anfallen. Hier ist wieder fast voll Spaß. Ich hoffe, dass ich die sozialen Medien ein paar Renn-Events finde, zu denen ich euch stattdessen schicken kann. Wir lassen den Wagen einfach entkommen. Triff und schweifle, bin ich nicht zur Polizei gegangen. Ja, guck mal. Boah, das ist glaube ich meine Lieblingsmusik mit Prospektiv. Guck mal, das ist mein Meer, wie das ist, ey. Da noch nie. Oh, da kommt ein Kopf. Viele Kopf werden noch jetzt. Da hinten ist unser Zuhause. Aber er hätte sich das auch geschaut, glaube ich, oder? Ja. Unser Wagen passt nicht da runter. Oh, Kopf. Okay. Alter. So, ich gebe mir jetzt nicht vor. Hauptsache, dass wir da noch nicht so sind, die hört man die Musik gar nicht. Boah, guck mal. Er lenkt voll gut ein, ne? Kommt gerade zunächst von diesem Zickzack. Mach mal ganz kurz so und dann mach's weg. Das war's mit der Folge. Zwei Jahre Bombe-Manus. Ich hoffe, dass meine Zuschauer hier Spaß haben werden auf dem Kanal. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich bin raus damit. Und... Ciao!